Ich habe 20 Jahre lang die Anti-Baby-Pille genommen. Auch da wurde ich von der Frauenärztin darauf vorbereitet, dass es sehr gut sein kann, dass da meine Haut eben zur Akne neigt, ich auch wieder vermehrt Unreinheiten an der Haut feststellen kann. Ebenso können die Haare etwas schneller fetten. Es ist halt grundsätzlich so, dass man ab dem 35. Lebensjahr als Risikoschwangere eingestuft wird. Meistens besteht aber, wenn man keine schwerwiegenden Vorerkrankungen wie Diabetes etc. mit sich bringt, eigentlich kein Grund, dass man sich da jetzt wirklich Sorgen über ein erhöhtes Risiko machen müsste. Der Vorteil ist, dass man natürlich umso besser medizinisch überwacht wird. Ich habe jetzt hier für euch eine kleine Step-by-Step-Anleitung, wie ihr die Pille sicher absetzen könnt und euren Kinderwunsch wahr werden lassen. Ich habe jetzt hier für euch die Pille geöffnet. Und dann können wir die Pille-Step-Anleitung und dann können wir die Pille-Step-Anleitung. Und dann können wir die Pille-Step-Anleitung